Das ist Sarah. Sie lebt bei ihrem Vater. Sie arbeitet in einem Restaurant. Sie ist Köchin. Und das ist Sarahs Vater. Sie leben in einem Mietshaus. Sarah, du kommst zu spät zur Arbeit. Ich werde es sauber machen. Nein, Papa. Ich bin fast fertig. Und das ist Thomas. Er ist ein Faulpelz. Er ist Sarahs Nachbar. Guten Morgen, Tante. Guten Morgen, Sarah. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Wo ist Thomas? Er schläft noch. Du weißt, er hört nicht auf mich. Ich bin seine Mutter, aber es kümmert ihn nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich werde ihn wecken. Komm schon, Thomas. Wach auf. Sarah, hör auf. Ich möchte noch drei Stunden schlafen. Wach auf, du Faultier. Du hast einen wichtigen Termin. Okay, gut. Ich bin aufgewacht. Was machst du hier, Sarah? Thomas, du hast heute ein Vorstellungsgespräch. Sag nicht, du hast es vergessen. Oh mein Gott. Ich habe es wieder vergessen. Es ist noch nicht zu spät. Du hast noch eine Stunde Zeit. Mach dich sofort fertig. Danke. Du hast mich geweckt. Du bist die beste Sarah. Du bist meine beste Freundin. Okay. Bis heute Abend. Ich gehe zur Arbeit. Hab einen schönen Tag. Das ist Mia. Sie ist sehr reich und streng. Sie ist Geschäftsfrau und leitet eine riesige Werbefirma. Wo ist mein Fahrer? Ich kann nicht länger warten. Madame, er kommt. Er hat mir gesagt, dass er auf dem Weg hierher ist. Ich bin hier, Madame. Es tut mir leid. Ich bin etwas spät. Ich stehe hier seit den letzten fünf Minuten. Du bist fünf Minuten zu spät. Es gab einen Verkehrsstau. Ich habe mein Bestes versucht, Madame. Halt den Mund. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Was meinen Sie, Madame? Du bist entlassen. Du kannst jetzt gehen. Bitte, Madame, tun Sie das nicht. Ich bin ein alter Mann. Ich brauche diesen Job. Bitte, verzeihen Sie mir. Du warst der Fahrer meiner Mutter. Sie sagte, du seist sehr pünktlich. Jetzt sehe ich, wie pünktlich du bist. Bitte entlassen Sie mich nicht. Es war nicht meine Schuld. Es gab einen Verkehrsstau. Ich möchte nicht streiten. Geh einfach. Madame, wie werden Sie zu Ihrer Firma kommen? Ich nehme ein Taxi. Haben wir heute Besprechungen? Wir brauchen einige neue Videoeditoren. Sie müssen deren Vorstellungsgespräche führen. Gut. Du kannst jetzt gehen. Ich treffe dich in der Firma. Was ist mit Ihrem Gepäck, Madame? Schicke es nach Hause. Bis dann. Hallo Mama. Ich bin angekommen. Ich gehe zur Firma. Mia, wann kommst du nach Hause? Ich komme am Abend nach Hause. Bis dann, Mama. Was ist passiert? Es tut mir leid, Madame. Mein Taxi ist kaputt gegangen. Du solltest dein Auto in den Müll werfen. Es tut mir so leid wegen der Unannehmlichkeiten. Ich werde ein anderes Taxi für Sie holen. Ich kann hier nicht länger stehen. Hol sofort ein anderes Taxi. Okay, Madame. Ich mache es sofort. Die Suppe ist fast fertig. Gott segne dich, Sarah. Du bist ein gutes Mädchen. Möge Gott dir einen guten Ehemann geben. Danke, Chef. Sie sind auch eine gute Person. Ich arbeite hier gerne. Kochen ist meine Leidenschaft. Wir haben so viel Glück. Wir sind ein gutes Team. Ruf den Kellner. Er kann diese Suppe nehmen. Die Kunden warten. Er wird bald hier sein. Keine Sorge. Okay, dann bin ich gleich wieder da. Hier ist Ihr Taxi gnädige Frau. Was ist hier los? Da ist jemand in diesem Auto. Es tut mir leid. Sie müssen dieses Taxi mit einem anderen Fahrgast teilen. Er fährt auch dorthin. Weißt du, wer ich bin? Ich bin Mia, die berühmte Managerin einer Werbeagentur. Ich habe noch nie Fahrgemeinschaften mit Fremden gemacht. Gnädige Frau. Es tut mir leid. Sie müssen diese Fahrt antreten. Wir können nicht innerhalb von 5 Minuten ein anderes Taxi besorgen. Wie soll ich mit diesem fremden Mann mitfahren? Ich werde mich über Ihre dämliche Firma beschweren. Gnädige Frau. Es ist eine Zwangslage. Bitte versuchen Sie, das zu verstehen. Gut. Ich gehe. Fahrer. Ich komme zu spät. Fahr schneller. Ich möchte nicht zu spät kommen. Hallo. Ich bin Thomas. Ich gehe auch zu derselben Firma. Hallo. Ich denke, Sie sprechen nicht viel. Hören Sie. Ich kenne Sie nicht. Halten Sie den Mund. Sind Sie wütend, weil Sie diese Fahrt mit mir teilen müssen? Ich möchte nicht reden. Seien Sie still. Ich habe dieses Taxi zuerst gemietet. Sie können mir keine Befehle erteilen. Sie sind nicht mein Chef. Ich möchte hier nicht sitzen. Es ist meine Zwangslage. Übrigens. Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Beten Sie für mich. Ich brauche diesen Job wirklich. Hallo. Sind Sie noch da? Hast du meine Termine arrangiert? Ja, gnädige Frau. Viele Kandidaten warten draußen. Sie müssen nur einige Vorstellungsgespräche führen. Du kannst sie nacheinander hereinschicken. Okay, gnädige Frau. Hallo, Sarah. Thomas, keine Panik. Alles wird gut. Du bekommst diesen Job. Danke, Sarah. Und heute habe ich eine verrückte Dame getroffen. Ich erzähle dir alles am Abend. Okay. Pass auf dich auf. Viel Glück. Ich habe Ihren Lebenslauf gesehen. Sie haben gute Noten. Danke. Aber gute Noten reichen nicht aus. Ich bin eine fleißige Person. Ich kenne diese Arbeit sehr gut. Ich brauche einen professionellen Mitarbeiter für diese Position. Ich brauche einen großartigen Video-Editor. Ich habe sechs Monate Erfahrung in diesem Bereich. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich denke, Sie sind nicht die richtige Person für diese Position. Was? Sie dürfen gehen. Schicken Sie einen anderen Kandidaten. Bitte, geben Sie mir eine Chance. Die Tür ist dort drüben. Nehmen Sie Platz. Also, Sie sind hier für die Position als Video-Bearbeiter. Lassen Sie uns das schnell machen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Emily. Und ich bin 24 Jahre alt. Ich habe Sie nicht nach Ihrem Alter gefragt. Bitte beantworten Sie nur die Fragen, die ich stelle. Oh, das tut mir leid. Emily, haben Sie überhaupt Erfahrung? Ja, ich bearbeite seit etwa drei Jahren Videos. Ich habe an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet. Einschließlich Social-Media-Kampagnen, Werbevideos und Kurzfilmen. Nur drei Jahre? Nun, Ihr Lebenslauf spiegelt das sicherlich nicht wider. Haben Sie sich überhaupt Mühe gegeben? Ich entschuldige mich, wenn mein Lebenslauf Ihren Erwartungen nicht entspricht. Ich habe eine große Leidenschaft dafür, in Ihrem Unternehmen zu lernen und zu wachsen. Leidenschaft? Wir brauchen hier keine Leidenschaft. Wir brauchen Ergebnisse. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass Sie in der Lage sind, das zu liefern, was wir brauchen. Ihr Lebenslauf ist bestenfalls mittelmäßig. Ich verstehe, dass mein Lebenslauf vielleicht nicht der stärkste ist. Aber ich bin zuversichtlich in meine Fähigkeiten, und meine Fähigkeit zu... Vertrauen bringt Sie nirgendwohin, wenn Sie es nicht mit Talent untermauern können. Schauen Sie, Emily, lassen Sie uns nicht gegenseitig Zeit verschwenden. Sie sind einfach nicht das, wonach wir suchen. Ich schlage vor, Sie bewerben sich für Jobs, die besser zu Ihrem Niveau passen. Aber ich... Ich habe gesagt, das ist genug. Jetzt, raus aus meinem Büro. Und bewerben Sie sich hier nicht noch einmal. Ich verstehe. Danke für Ihre Zeit. Warum weint dieses Mädchen so? Was ist drinnen passiert? Hey du, was ist passiert? Diese Dame ist verrückt. Sie stellt niemanden ein. Ist sie streng? Sie ist sehr streng. Du bist der letzte Kandidat. Sie wird dich auch nicht einstellen. Oh nein, sie ist die Managerin dieser Firma. Bitte, nehmen Sie Platz. Guten Morgen gnädige Frau. Zuerst möchte ich, dass Sie mir etwas über sich erzählen. Was? Du? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. ZuerstWarec Zuerst